hallo leute und willkommen zu einem weiteren paar devil may cry wir sind hier stehen geblieben in dem drohensamt haben in der letzten episode im letzten part so komisch mit ritter geklatscht und seine kompane spada das so so what you want you are not our fighter eine dämonische axt welcher schwung langsam ist aber sehr stark arbeiter sehr effekt sehr effektiv gegen schilde grundangriffe 333 kreis der tremor luft reihe kreis ok kann ich die auswählen nochmal die arbeiter r2 und dreieck ach ne r2 und damit können wir jetzt auch diese roten wände kaputt machen mit dem arbeiter hat man ja glaube ich schon gesehen wie soll mit einer roten wende found it ba ba Und jetzt werden wir euch ganz schnell kaputt machen. Oh oh, ich mach da kurz. So, ok. Ja, was hat das Ding da gerade geleuchtet? So. Gerüst, aber ausgestreckt. Sehr verwirrend. Naja egal. Wer ist da? Achso, ja und ich hab die Untertitel angemacht. Dann muss ich in den Szene nicht immer versuchen zu übersetzen im Prinzip. Oder ich kann danach übersetzen. Richtig eklig. Das ist gemein. Ich will diese Seele. Kann ich da irgendwie mit dem Fall weiter mit? Hops, hops. Ah. So. Das könnte klappen. Aber ich komm da glaube ich nicht mehr hin, oder? Warte mal. Lass mal ausprobieren. Da kommen wir eh noch nicht hoch. Das haben wir ja schon festgestellt. Ähm. Habe ich jetzt einen Fehler gemacht? Hätte ich ja regulär lang gemusst. BAM! BAM! Okay. Höh. Tot. TOT. Höh. Höh. Nein, ich hab hier regulär lange gemusst. Scheiße. Nein. Nein! Jetzt hab ich's ach vergessen. Ich komm gar nicht mehr um. Ja, da oben komm ich wahrscheinlich nicht mehr durch. bitte 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 ach man das ist doch schwul so aber das können wir auch noch nicht hallo wo das diese tür da kann ich ja noch mal durch ach so aber hier geht es nicht weiter kacke ich bin so ein vollidiot dann nicht dann nicht spielen ich will mal sagen die wand ist kaputt ganz schöner schlingel der wollte sich einfach da verstecken da komme ich immer noch nicht durch aber da ist auch noch eine seele oh die schießt hier alles mit arbeit bei kennenzulernen ach so Oh! Boom! Bada 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 bang! Oh! Nice! Nice! Das war ich. Ich erinnere mich. Ach so, das Schwert schwebt einfach an seinem Rücken. Woher kennst du meine Namen? Das sieht ein bisschen aus wie so eine Medusa und einem amerikanischen Präsidenten. Okay. Wo bin ich? Können wir sagen? Träume ich? Jetzt kriege ich neue Moves. Ach so! Oh! Ophion Demon Pull. R2 und Viereck. Damit kann ich Gegner an mich ranziehen oder Objekte. Oh yeah! Oh yeah! Nice! Und komm zu mir! Komm zu mir! Ich warte auf dich! Hopp! Hopp! Ach so! So kann man es natürlich auch machen. Du kommst raus! Du kommst raus! Okay und jetzt? Damit werden wir echt chillig gemacht. Und jetzt? Du kommst raus! Oh! Ungewollt aber... zack zack ist ja eigentlich schon krass aus hier geht's und was jetzt sagen wir zerboxen diesen stein ich schätze mal das sind unsere erinnerungen die mit diesen ketten werden sie festgehalten tricke 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 ok kann man mal machen hatte ist das wirklich du hatten wir ja schon ok so was ist es mir nix mehr ja geil hier gibt es auch nix mehr da gibt es noch gleich eine säcke und eine seele der säuselt mir aber von hier das spiel ist so ein arschloch alter vom anderen stern habe ich nen schlüssel ja ich hab ja vorhin einen bekommen ok simple eradication kill all enemies within also innerhalb des zeit limits ich mach das auf jeden fall ich hoffe dass ich es hinkriege so und weg verraten so ja und weg na dann so ich glaube aber hier beende ich den part ich bedanke zurück und bis zum nächsten mal